3, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Solingen und Kreuzhilden Unfall, 4 Kilometer Stau. A4, Dresden Richtung Chemnitz, zwischen Dresden Flughafen und Dresden Neustadt ist der Richtung... ... und den Alan Parsons... A7... ... wegen all die Höchsteinsätze, 3 bis 6 Grad, dazu ein Tatsvorschein. ... leistig machen. So, das ist ein Clueso-Ticket geworden. Wuhu! To byla taková vlastně dominantním... ... a45. Untertitelung des ZDF, 2020 Kratzer am neuen Tablet, das falsche Buch bekommen, das online bestellte Kleid ist nicht geliefert worden. Nicht immer herrscht eitel Freude unter dem Tannenbaum. Dann werden die Tage vor Silvester gerne genutzt, um zu reklamieren oder umzutauschen.